Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video euch anschaut. 1944. Der Zweite Weltkrieg lässt viele Ehemänner, Verlobte, Väter, Söhne, Brüder weit weg von zu Hause sein. Von manchen weiß man, wo sie sich aufhalten. Von anderen weiß man seit langem nichts. Sie sind vermisst. Und von wieder anderen weiß man, dass sie gefangen genommen worden sind. Das Leben nimmt einen in Beschlag. Man muss zusehen, wie man über die Runden im Krieg kommt. Und doch konnte man vielleicht ein paar Lebensmittelmarken zusammensparen. Und ein kleines Päckchen mit einem aufmunternden Gruß packen und an die letzte bekannte Adresse schicken. Das Leben ist hart. Man kann nicht zu viel nachdenken. Und doch, spätestens abends im Bett steht sie da im Zimmer. Die quellende Frage, wie geht es meinem Liebsten? Banges Warten. Banges Hoffen. Und dann kommt mit der Post ein Brief. Mit welch zitternden Händen wird so mancher Brief in dieser Zeit aufgerissen worden sein? Sind es gute Nachrichten? Oder doch schlimme? Was wird der Inhalt solcher Briefe gewesen sein? Vielleicht ein Danke für die Kleinigkeiten, die die Lieben zu Hause an die Front geschickt haben? Vielleicht auch mutmachende Worte? Vielleicht ein paar praktische Hinweise, einen Erziehungswunsch? Vielleicht ein Mitteilen, wie es einem persönlich geht. Und damit verbunden, ganz sicher, der Ausdruck der eigenen Sehnsucht nach Hause. Nach Nähe zu den Lieben. Auch in den letzten Wochen wurden ganz viele Briefe geschrieben. Man nutzt dieses alte Medium im bewussten Gegensatz zu den doch eher schnellen, kurzen Nachrichten über die sonst digitalen Kanäle. Was war dabei der Inhalt? Vermutlich ganz ähnliche Dinge. Mut machen. Ausdruck von Verbundenheit. Ich denke an dich. Ich bete für dich. Oder auch nur ein, ich freue mich drauf, dich endlich wieder im Amt zu haben. Der Brief, den die Familie meiner Mutter in der Kriegszeit bekommen hat, beginnt mit den Worten. Ich habe die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Sohn, wird der Vater diesen Brief weitergelesen haben? Wird ihn der heldenmütige Widerstand, den die deutschen Truppen dem Feind entgegengesetzt haben, von dem der Leutnant weiterschreibt, interessiert haben? Der Brief endet, ich kann Ihnen als kleinen Trost nur die Hoffnung aussprechen, dass Ihr Sohn in Gefangenschaft geraten sein kann und die Möglichkeit besteht, dass er nach Kriegsende doch noch zurückkehren wird. Durchhalteparole. Denkt dran, es könnte schlimmer kommen. Gefangenschaft ist doch besser als Tod. Paulus ist in Gefangenschaft. Er ist nicht in Kriegswirren in diese Lage gekommen, sondern durch seinen Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes, den von Gott gesandten einzigen Retter. Letzte Woche hat Christian schon gezeigt, wie sehr die Christen in der Stadt Philippi mit dem in Gefangenschaft sich befindenden Paulus verbunden waren. Dass sie ihm eine finanzielle Unterstützung geschickt haben und nun gespannt darauf warten, zu erfahren, wie es ihm wohl ergeht. Und jetzt ist er da, der ersehnte Brief. Paulus hat mit diesem Brief Informationen über sein Befinden und seine Situation sicher gerne geben wollen. Trost schenken. Mehr Trost als nur den Hinweis, es könnte schlimmer sein. Mehr als Gefangenschaft ist doch besser als Tod. Aber der Brief war nicht nur eine Informationsmitteilung, sondern, und das hat Christian uns auch letzte Woche anhand der kleinen Pflanze gezeigt, Paulus hat mehr im Sinn. Er möchte, dass die Jesusjünger in Philippi sich in ihrem Glauben weiterentwickeln. Das macht er in dem heutigen Textabschnitt, dem Rest des ersten Kapitels, in dem er drei Dinge zeigt, die ihn persönlich prägen. Ganz sicher auch mit dem Hintergedanken, dass sich seine Freunde an ihm ein Beispiel nehmen. Das ist die Liebe zum Evangelium. Das ist die Liebe zu Jesus Christus und zu seiner Ehre. Und das ist drittens die Liebe zu Glaubensgeschwistern und Gemeinschaft mit ihnen. Ich lese den Text aus, dem Brief an die Philippa, Kapitel 1, die Verse 12 bis 30. Ihr könnt zu Hause gerne eure Bibel zur Hand nehmen und mitlesen. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen. Andere aber verkünden die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, Hauptsache es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Sondern dass jetzt genau wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüber zu gehen und bei Christus zu sein. Denn das wäre das Beste, bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus alles an mir getan hat. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt das nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder davon hört. Paulus weiß, dass die Philippa sich um seine äußerlichen Umstände Gedanken machen. Eine Gefängnishaft zu römischen Zeiten war sicher nicht mit einer heutigen Haft zu vergleichen. Und selbst die ist nach allen Berichten nicht sehr angenehm. Von daher ist gut zu verstehen, dass die Philippa mit Paulus mitleiden und ihm nichts sicher oder sicher nichts sehnlicher wünschen, als dass er sofort wieder freikäme. Die schlimmen Umstände stehen für die Philippa, wenn sie an Paulus denken, im Vordergrund. Und das ist doch was, was wir alle kennen. Negative Dinge drängen sich gerne in den Vordergrund. Sie stehen förmlich vor uns, wedeln mit den Armen und wollen unsere gesamte Aufmerksamkeit haben. Sie wollen uns weismachen, dass sie jetzt das Wichtigste sind, um das wir uns kümmern müssen. Und sie wollen, dass wir wissen, dass sie ganz schlimm sind. Und sie wollen, dass wir uns ganz schlimm fühlen. Nun, negative Dinge erfordern tatsächlich Aufmerksamkeit. Und es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich Gedanken zu einer Verbesserung zu machen. Aber was Paulus hier offensichtlich wichtig ist, ist, dass die schlimmen Umstände den Philippan nicht die Sicht vernebeln sollen auf das, was die Hauptsache ist. Er nimmt sie einen Schritt zurück, weitet den Blick und mit diesem Blick auf das Ganze lenkt er den Fokus seiner Freunde auf zwei schöne Dinge. Das erste, durch seine Haft erfahren Menschen von Jesus Christus, die sonst vermutlich nie im Leben von ihm erfahren hätten. Wann und wo hätte denn ein römischer Soldat von der befreienden Gnade von Jesus Christus hören sollen? In der Kaserne? Auf dem Kampffeld? Ganz bestimmt nicht. Und so ist es etwas Tolles, dass durch die Anwesenheit von Paulus im Gefängnis ganz viele von Jesus erfahren. Mitgefangene, Soldaten, Palastwachen. Das Schlimme schafft Gelegenheiten, die es ohne nie gegeben hätte. Das passt für mich so total in die heutige aktuelle Situation. So deprimierend es ist, Daniel hat es am Anfang gesagt, dass wir keine Gottesdienste zusammen feiern können. Dass wir unsere Predigten in eine kalte Kamera halten müssen. Dass wir uns nicht treffen können. So können doch viel mehr Menschen diese Aufzeichnungen jetzt sehen, als hier jemals in diesen Raum passen würden. Viel mehr Menschen können jetzt von Jesus erfahren. Wenn sie bisher Respekt vor diesem Haus im Fauloborn hatten und doch irgendwie neugierig waren, was denn da drin wohl passiert? Nun, hier sind sie. Herzlich willkommen. Corona macht es möglich. Das zweite Schöne, auf das Paulus hinweist, irgendwie hat seine Gefangenschaft andere Christen ermutigt, auch von Jesus Christus weiterzuerzählen. Das Vorbild von Paulus, das der für seinen Glauben Gefangenschaft in Kauf nimmt und aushält, motiviert andere, auch Risiken einzugehen. Leute, die sehen, dass Paulus nicht mehr auf die Straße kann, gehen nun selbst auf die Straße und verbreiten die gute Nachricht von Jesus. Dabei gibt es zwei Gruppen von Mutigen. Die einen tun es aus Liebe zu Paulus. Sie sehen die Lücke, die entsteht, weil Paulus inhaftiert ist. Und füllen sie. Sie wissen, wie wichtig Paulus die Verbreitung ist. Wie sehr er darunter leidet, dass er jetzt so eingeschränkt ist. Und sie wollen ihm helfen. Dabei müssen sie über ihren Schatten springen, mutiger sein, als sie es sonst wären. Wahrscheinlich auch mehr Zeit investieren, um die Aufgaben von Paulus zu übernehmen. Die Liebe ist eine tolle Motivation, für andere da zu sein. Es gibt allerdings auch einen kleinen Haken. Bei den jetzt so mutig auftretenden Leuten sind auch welche dabei, die Paulus ärgern wollen. Ob bewusst oder in der Gänze der Auswirkung unbewusst, wird mir hier nicht so ganz richtig klar. Auf jeden Fall stimmt die Motivation nicht wirklich. Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, wie das zusammenpasst. Die gute Botschaft von Jesus weiter zu sagen und das aus einer Motivation heraus, einem anderen Christen damit zu schaden. Ihm Schmerzen zufügen zu wollen, wie Paulus schreibt. Die Botschaft von Jesus, der völlig selbstlos war, Menschen total liebte, sich wortwörtlich bis aufs Blut für sie eingesetzt hat. Diese Botschaft aus selbstsüchtigen Motiven, wie Paulus sagt, heraus weiter zu sagen, für mich passt es nicht zusammen. Aber vielleicht ist es doch einfach nur ein Spiegel, den wir Menschen hier vorgehalten bekommen, dass wir diese Zwiespältigkeit offensichtlich hinbekommen. Aber die Leute, die Paulus so zusetzen wollten, die kannten ihn offensichtlich nicht wirklich oder zumindest nicht gut genug, um zu wissen, dass es Paulus überhaupt nicht auf seine Person ankam, sondern nur um Jesus Christus und die Nachricht von ihm. Paulus war von Jesus Christus geprägt und das machte ihn immun. Ich finde es umso erstaunlicher, als es doch um den sensiblen Bereich der verletzten Gefühle geht. Darum, dass andere sich an einem schuldig machen, Intrigen gesponnen werden. Wir kennen doch alle die Situationen auf der Arbeit oder in der Familie oder auch in der Gemeinde. Situationen, in denen das Selbstbild wichtig ist, wo wir emotional angefasst sind. Dann ist es gut, wenn uns jemand aufmerksam darauf macht, den Blick auf die Hauptsache zu richten. Geprägt von dem guten Beispiel von Jesus. Paulus sagt hier auch, was soll es, schaut auf das Positive, auf die Hauptsache, dass Christus verkündet wird. Es geht hier nicht um eine falsche Lehre, sondern um die Motivation. Und darüber kann Paulus hinwegsehen. Die anderen wollen ihn ärgern, aber das prallt an ihm ab. Für sein großes Lebensziel lässt er sich davon nicht beeindrucken. Er will, dass viele Menschen auf Jesus aufmerksam werden. Er möchte sie überzeugen, auch weil er weiß, dass das für ihn eine Belohnung bringt. Aber er steht nicht in einem Wettbewerb mit anderen, sondern er sieht nur das Ziel. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Christen in Philippi, denen Paulus wirklich so wichtig war, als sie den Brieflasen mitfühlten. An dieser Stelle des Briefes anfangen zu kochen. Wie kann man das ihrem Paulus antun? Und jeder von uns weiß, wie leicht oder wie sehr leicht es passiert, wenn man sich über andere aufregt. Es führt zu Streit. Und da greift Paulus in einer, wie ich finde, unfassbar schönen, seelsorgerlichen Art weitsichtig ein und lenkt sofort den Blick auf die Hauptsache, Christus ähnlich zu leben. Nochmal. Das soll nicht heißen, dass wir Christen über allen Schwierigkeiten schweben. Wir sind auch nicht nur naiv oder wir nehmen die Welt um uns rum nicht richtig wahr. Wir sind auch nicht nur einfach positiv denkende Menschen. Nein, das sind wir wirklich nicht. Aber wir können den Blick dafür haben, was die Hauptsache ist. Paulus weiß sich in der Not bei Jesus geborgen. Und weiß, dass Gott die miserablen Umstände, in denen er sich befindet, für etwas Grandioses nutzt. Wie kann das denn praktisch aussehen? Was denken wir, wenn wir an kranke Geschwister denken? Wünschen wir ihnen baldige Genesung? Was ist, wenn wir an verfolgte Geschwister denken? Wünschen wir ihnen Sicherheit, Freiheit, die Möglichkeit, ihren Glauben offen auszuleben? Ja, das tun wir. Aber bitte immer mit dem geweiteten Blick, was Gott in diesen schweren Zeiten an und mit diesen Geschwistern tut. Das Zweite, was Paulus prägt, ist die Liebe zu Christus und zu seiner Ehre. Darum geht es in dem Abschnitt ab Vers 20. Für ihn ist es absoluter Lebensinhalt, dass Christus geehrt wird. Es ist ihm eine furchtbare Vorstellung, dass er etwas tun könnte, was Christus entehrt, was Christus klein macht. Er denkt aber nicht nur negativ, sondern auch positiv. Nicht nur, ich möchte nichts tun, das, sondern er denkt positiv. Sein Ziel ist es, dass durch sein Leben andere Jesus sehen. Und es ist ihm dabei egal, ob Gott sein Leben hier beendet oder noch etwas mit ihm vorhat. Beide Möglichkeiten sind für ihn realistisch. Das Geprägtsein von Jesus Christus macht Paulus nicht nur resistent gegen die Ärgernisse anderer. Es macht ihn auch frei von Selbstverwirklichung. Für ihn ist nicht wichtig, wie er seine Freizeit schön ausfüllen kann. Für ihn ist auch nicht wichtig, dass sein Job ihm Spaß macht. Für ihn ist wichtig, was Gott von ihm will. Sicher haben die Philippe Angst um sein Leben gehabt und das zu Recht. Aber auch hier lenkt Paulus den Blick auf die Hauptsache. Was wäre denn, wenn? Schaut euch das doch mal mit etwas Abstand an. Er wäre bei Jesus. Und das ist für ihn das Schönste, was er sich vorstellen kann. Für ihn ist Tod nicht schlimmer als Gefangenschaft. Aber die Liebe zu Christus und seiner Ehre lässt ihn nicht egoistisch sein. Und so wägt er ab, was er noch alles tun könnte, wenn Gott ihn am Leben lässt. Er kommt zu dem Schluss, dass Gott ihn noch gut gebrauchen kann. Wie sehr er seinen Glaubensgeschwister noch nutzen könnte. Und so macht er den Philippern Mut, dass er überzeugt ist, ihnen noch eine Weile erhalten zu bleiben. Und das führt zum Dritten, wovon Paulus geprägt ist. Von der Liebe zu Glaubensgeschwistern und der Gemeinschaft mit ihnen. Zum einen stellt er sich eine frohe Gemeinschaft vor. Vers 26 ist das. Ein frohes Beisammensein, bei dem Paulus alles berichten kann, was Jesus mit ihm getan hat. Was er mit Jesus erlebt hat. Für uns ist es zwar im Moment etwas eingeschränkt. Besuche sind der Eindämmung von Corona nicht förderlich. Aber es gibt auch anderen Informationsaustausch. Und den nutzen wir. Und es gibt auch ganz sicher eine Zeit nach Corona. Gemeinschaft ist aber auch eine Energiequelle in schwierigen Zeiten. Wenn Christen zusammenstehen, können sie sowohl ihren Glauben anderen gegenüber sicherer vertreten, aber auch Leiden besser ertragen. Schon im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass Mitleiden mutig macht. Und so gibt Paulus seinen Freunden ein paar praktische Dinge mit auf den Weg. Ein paar praktische Anforderungen. Sie sollen in einem Geist fest zusammenstehen. Sie sollen in derselben Gesinnung für den Glauben kämpfen. Und sie sollen sich von den Widersachern nicht einschüchtern lassen. Vergessen wir nicht. Die Christen in Philippi haben kein ruhiges Umfeld. Sie sind umgeben von Griechen, die ihre Götter haben. Von altgedienten römischen Soldaten, die auch ihre Götter haben. Und sie sind umgeben von Juden, für die sie auch nicht das richtige Gottesverständnis haben. Was prägt dich in deinem Leben, deinem Denken und deinem Handeln? Was war es für Paulus? Paulus war geprägt von der Liebe zu Jesus Christus und zu seiner Ehre. Der Liebe zu seinem Evangelium und der Liebe zu Glaubensgeschwistern und Gemeinschaft. Er hatte ein klares Lebensziel, einen klaren Lebensinhalt. Da ließ er sich von nichts und niemandem ablenken. Von keinen negativen Umständen, keinen menschlichen Befindlichkeiten, sogar nicht vom Tod. Er war klar fokussiert auf und geprägt von Jesus Christus. Und wie dieser Jesus Christus ist, stellt er im zweiten Kapitel vor. Und darum geht es am nächsten Sonntag. Seid dabei und bis dahin, bleibt behütet.